Ludwig Bechstein Die Zwölf Gerichteten Zu den Zeiten, als Bischof Ehring von Rheinstein auf dem Bischofssitz zu Würzburg thronte, saßen auf dem Schloss Altenstein 13 Ritter, Brüder des alten Geschlechtes, die von kriegerischer Art das bischöfliche Gebiet und dessen Bewohner nicht immer in Ruhe ließen. Der Bischof, auch ein kriegslustiger Mann und heldenmütig, sammelte seine Streitkräfte und zog vor den Altenstein. Hier sah er bald genug, dass die feste, schier unüberwindliche Burg ihm lange genug Trotz bieten würde, denn die Zwölf Ritter, der 13. Bruder, der Johanniterritter, Seyfried war in fremden Landen, wehrten sich tapfer und schlugen jeglichen Angriff ab. Da griff der Bischof zum unrühmlichen Mittel schnöder List, denn er wollte um jeden Preis die Ritter bändigen und demütigen. Daher bot er den Zwölf Brüdern einen friedlichen Vergleich an. Diese gewährten dem Bischof seinen Wunsch, öffneten so dem Feind mit einigen seiner Männer die sichere Felsenfestung und bewirteten ihn köstlich. Nach der Mahlzeit ging der Bischof in sein Gemach und begehrte, da mit den Brüdern zu reden und einen gütlichen Vertrag auszuverhandeln, jedoch mit jedem Einzelnen. So wie nun einer der Ritter von Stein in das Zimmer des Bischofs eintrat, wurde er durch einen unversehenen Schwertstreich Meuchlings getötet. So waren elf Brüder gefallen, als den letzten und tapfersten der Ritter eine schwere Ahnung erfasste. Bewaffnet trat er ein, sah den fürchterlichen Bischof triumphierend über den Leichnamen der Gemordeten stehen und drang mit seinem Weidmesser auf den Bischof ein, da packten ihn aber schon die Mordgesellen, und er behielt nur noch die Kraft, das Weidmesser mit einem Fluch nach dem Bischof zu schleudern. Doch es traf nicht des Mörders Hals oder Herz, sondern nur seine Nase, die davon ein wenig kürzer wurde. Dann sank auch der Letzte der zwölf Brüder in sein Blut. Im Kloster Langheim wurden die zwölf Ritter beerdigt, andere sagen nur die Häupter. Noch zeigt man in den Burgruinen das Gemach, worin die schauderhafte Untat verübt worden war. Der Platz, wo sie geschehen, wird Untereichelboden genannt. Seifried von Altenstein kehrte aus der Fremde zurück, entbot dem Stift Fede und ruhte nicht, bis er in das Erbe seiner ermordeten Brüder wieder eingesetzt war. Er war es, von dem die späteren Altensteiner ihre Abkunft herleiten. Man sagt, Seifried habe sich eine Zeit lang unerkannt gehalten und habe als Maurer gearbeitet. Davon sollen auch die drei Hämmer im Wappen herrühren.